Piloten arbeiten bis zu 15 Stunden, ohne Pause, aber wie sollen sie dabei wach bleiben? Ich mache mir große Sorgen um unseren Käpt'n. Glaubst du wirklich, der hält das durch? Naja, er wurde gestern um 20 Uhr aus der Bereitschaft gerufen, also 12 Stunden war er bestimmt schon wach. Aber sieben Stunden haben wir ja schon hinter uns, da wird er die letzten vier auch noch schaffen. Aber es ist alles im Rahmen der gesetzlichen Regelung, also da muss es ja sicher sein. Da bin ich ja beruhigt. Okay, ich gehe da mal zurück in die Kabine, aber nicht einschlafen. Na, Katze noch? Batsche, Ratsche, kein Problem. Wir sind ja gleich da. Ja. 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 Wir sind ja gleich da. Wir sind ja gleich da. Wir sind ja bei dir, ich will ja bei dir, ich bin ja bei dir ja. Musik